Hiho und willkommen zurück bei dem Rollenspiel-Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce Shadow of the Phoenix. So, wir sind zum zweiten Mal im Triadenhain reingekommen. Nur dass wir dieses Mal die Triade ja töten sollen, anstatt sie aufzusuchen, ist im Namen von Darius. Oh, du kannst so ein Tote Dino. Na, ruf mal welche. So, dann hauen wir auf die Palastwachen und die Bluthunde ein. Zeit zu sterben. Feindlicher Angriff. Vorsicht. Schlagt sie zurück. So, da oben ist seine Tür. Gut, wir wollen. Schließt die Reihen. Verteidigt euch. Hier, sofort. Gut. Das war die erste Tote-Truppe. Oh, die sind nicht schlecht. Vorwärts. Oh, da unten sind die Laura. Folgt mir. Zur Ehre Aronius. Na komm, kriegst einen Tote-Schlag. Kämpft. Achtung. Auf meinem Befehl. Sofort. So, Feuerschlag mit dich. Sie sind überall. Wow, ernsthaft. Schließt die Reihen. Zurück mit euch. Renn ein bisschen für mich. Schlagt sie zurück. Ah, da wird mein Prinz selbst gehauen. Schlagt sie zurück. Achtung. Verstärkt die Deckung. Zeit zu sterben. Schlagt sie zurück. Vorsicht. Auf mein Kommando. So. Jetzt hatten wir erst einmal hier hoch. Sofort. Und darum die Hundezwinger ausschalten. Schnell. Zum Angreif. Da die ja neue Hunde spawnen können. Was auf Dauer lästig werden kann, weil sie die Hunde ja sogar ein höheres Level haben als die... Schlagt sie zurück. Sofort. Und los. In die Schlacht. In die Schlacht. Sie sind überall. Das heißt, haben können. Die haben ein höheres Level. Achtung. Verteidigt euch. Schlagt sie zurück. Auf mein Schnell. Auf mein Schnell. Sofort. Schnell. In die Schlacht. Kämpft. Die Rune ist hierhin. Ausgeführt. Ja, das waren immer wieder neue Hunde. Feindlicher Angriff. Verstärkt die Deckung. Verstärkt die Deckung. Zeit zu sterben. Sie sind überall. Verteidigt euch. Feindlicher Angriff. Verstärkt die Deckung. So, das war der erste Zwinger. Zeit zu sterben. Schließt die Reihen. Feindlicher Angriff. Zurück mit euch. Schlagt sie zurück. Angriff. Hier. Mir nach. Für die Rune. Schließt die Reihen. Der fehlt. Sie sind überall. So, du Brennhall. Verstärkt die Deckung. Sie sind überall. Die Rune sind ziemlich feuerresistent irgendwie. Strahlender Kettenpanzer, ja. Die Dinger, die nicht wirklich was taugen. Gut. Zum Angreif. Sie sind überall. Halte durch, Männer. Sie sind überall. Schließt die Reihen. Okay, ja, die nehmen, also die Palast machen nebenwesens. Verstärkt die Deckung. Den ordentlichen Schaden. Durch beide Zauber. Sie sind überall. Schließt die Reihen. Schließt die Reihen. Oh, wir haben langsam keinen. Verstärkt die Deckung. Waren da mehr 14 Teile? Schlagt sie zurück. Auf mein Zeichen. Oh, wir haben den Goblin verloren. holen wir uns einen neuen. Und schließen das Tor auf. Den Schlüssel zum Garten verwenden. Das Tor öffnet sich. Haben wir jetzt den Schlüssel? Die Schmerzen werden stärker. Ich muss diese Frau töten. Bald kann ich das Schwert nicht mehr heben. Noch ist es nicht zu spät. Wer spricht da? Lasst ab, Runenknecht. Erhebt nicht das Schwert gegen diejenige, die euch helfen kann. Übt stattdessen Vergeltung, an dem der eure Rache verdient hat. Ennurk. Hört nicht auf ihre Täuschungen. Erschlagt sie. Dann werde ich eure Schmerzen lindern. Nur dann! Vorwärts! Tötet die Druade! Ja. Und ja, der Schlüssel ist weg. Zum Glück. Ja. Sofort. Sofort. Und los! Ja, und hier haben wir wieder Blutbäume und große Speipflanzen. Auf meinem Befehl. Schnell! Zum Angreif! Sie sind überall! Sie sind überall! Achtung! Zeig dich an! Haltet durch, Männer! Kämpft! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Zeit zu sterben! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Vorsicht! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Vorsicht! Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Begann ich jetzt beide Zwergen... Haltet durch, Männer! ...Zerstörer hätte... Schlagt sie zurück! Verschlappt sie zurück! Verschlappt sie zurück! Verschlappt sie zurück! Achtung! Sie sind überall! Zweitlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Verteidigt euch! Verstärkt die Deckung! Auf meinem Zeichen! Schlappt sie zurück! Schließt die Reihen! Und wirst! Mir nach! So, mal weg von dem Gift! Hochheilen! Ja, jetzt wo die Speipflanzen funktionieren, wird's anstrengend noch! Bei unserem ersten Besuch, also beim ersten Playful, haben sie ja nicht funktioniert. Da waren sie ja verbuggt. Feindlicher Angriff! Ist erst noch ein Patch gekommen, der sie gerichtet hat. Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Du sollst was... Haltet durch, Männer! Sie sind überall! Was ist denn, ihr habt? Feindlicher Angriff! Vorsicht! Schlagt sie zurück! Bereit! Schloss! Zeit zu sterben! So. Ja, vorwärts! Dann gucken wir nochmal, was hier unten war. Mir nach! In die Schlacht! Noch mehr Blutbäume! Sie sind überall! Noch mehr Speipflanzen! Blutbäume sollten eigentlich gut brennen! Vorsicht! Ja! Sie sind überall! Tun sie auch! Ja, vorwärts! Also, die kann man gut verbrennen und vergiften. Zeit zu sterben! Halte durch, Männer! Halte durch, Männer! Vorsicht! So. Her! Für die Rune! Und seit ein Loch. Zurück mit euch! Ja. Ja. Schwere Kriegsbrunnen! Sie sind überall! Ich glaube, äh... Schließ die Reihen! Also, ja, gucken, dass ich schwere Kriegsbrunnen konnte, dann mal auch 13 Kriegen. Halte durch, Männer! Da gibt's nämlich endlich mal neues Zeug zum Anziehen. Und zum Tragen. Was hätte ich denn zum Beispiel... Ja, gut. Die Axt hier ist, äh... Der Trollspalter ist Stufe 13 auf jeden Fall. Dann habe ich hier ein Schild, was Stufe 13 ist. Der Bootsilberpanzer und die Donnerstahlstiefel sind auch 13. Oh... Hellmäßig habe ich leider nichts. Ich hätte ein Siegel des Kaisers. Jede Menge Sonnenlicht. Sofort! Und los! So, jetzt müssen wir durch... Und los! ...das wieder durch. Durch die ganzen Giftdinger. Sofort! Und da sind wir auch gleich bei der Triade schon. Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Kämpft! Versteckend die Kuchen! Achtung! Sie sind überall! Schießt die Reine! Feindlicher Angriff! Na gut, wenn alle auf eine und dieselbe Spreipflanzzahl reinhauen... Pia, zum Angriff mit euch! Da gehen die Relation... Schlapp sie zurück! Verstärkt die Deckung! Achtung! Schießt die Reine! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Auf mein Zeichen! Für die Freiheit! So, jetzt noch die... Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Kämpft! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Ja! Feindlicher Angriff! Achtung! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Was wünscht die Rune? Die sind immer noch ein bisschen vergiftet. Sofort! So, jetzt nicht mehr. Hier haben wir alles. Eisenholzkeule. Mhm. Schnell! Sofort! Holzkeule ist immer eine tolle Waffe. Und los! Ihr seid nicht der Versprochene. Ihr seid voller Finsternis und Schmerz. Ihr seid hier, um tot zu säen. Ich finde keinen Gefallen daran. Aber ich muss euch töten. Dann tut euer Werk. Doch ihr wisst, dass der Maskierte euch nie freigeben wird. Er kann euch nicht von diesem Schwert erlösen. Nur euren Schmerz lindern. Aber diese Schmerzen sind unerträglich. Er ist der Einzige, der mir helfen kann. Ich kann nicht anders. Dann schlag zu! Ich... Verflucht sollst du sein, maskierte Schlange. Ich kann es nicht. Euer Herz ist noch nicht verdorben, Runenkrieger. Lasst mich euch helfen. Der Schmerz... Er lässt nach. Ihr seht, der Maskierte ist nicht der Einzige, der euch helfen kann. Deswegen versucht er auch, mich zu töten. Also hat er noch weitere Mörder geschickt? Einen Giftmischer. Er hat das Wasser dieses Heinz vergiftet und mit ihm sehe ich auch ich dahin. Dann lasst mich euch helfen, so wie ihr mir geholfen habt. Was kann ich tun? Dann lasst mich euch an, nicht alleine. Und es ist an dem Lockdown. Und jetzt meine Vielen Dank.